Da ist unser Verdächtiger, wir haben ihn! Oh, schade. Und das halt nochmal von der Seite. Sehr schön. Ich bin gerade unfestig. Ich bin gerade unfestig. Zentrale, Treibstoffmenge kritisch. Wir brechen die Verfolgung ab. Habt ihn verloren. Fahre dahin, wo ich hinzu... Hey, möchtest du mich verarschen? Schick Einheiten höher. Briechen Sie das Gebiet ab. Habt mein Ziel verloren. Sehr schön. Stufe 4. Einheiten auf dem Weg zur Q3-Verfolgung. Der Verdächtige wurde zuletzt gemeldet in östlicher Richtung auf der Abfahrtsstadion. Wir werden alle Straßen in Sonder... Von Stufe 4 kommt man wesentlich schneller an viel Kopfgeld und so und an viele Autos. Da geht es wesentlich leichter. So. Dann probieren wir den Sackchen nochmal. Das war der 285er. Was? Da auch noch etwas weniger verkehrt. Wunderbar. Den Oschi haben wir in Sack. Äh, nein. mal steine 255 machen wir den gleich noch wobei uns glaube ich da das los nicht reicht sehen wir gleich kommt auch ganz auf dem Verkehr daran und wir schaffen es nicht nicht ich habe die Stelle direkt in den Kamen sind immer mindestens zwei Autos hervorkommen meistens schon mal einer rüber und es ist immer die gleiche Scheiße naja, so, jetzt können wir noch die Bullen dann wird das nichts dann speichern wir erstmal dann drücken wir es nochmal gleich am Anfang so lange mal vorlesen Nossam und so so das ist der Wahnsinn ich komme immer auf die Gegenspur ich weiß auch nicht wieso vielleicht muss ich mal ein bisschen mehr einlenken Mann es ist zum Wichsen ich will diesen bescheuerten Meilenstein hier haben wenn es das letzte ist was ich tue ich habe Zeit ist ja nicht so Dann bekackt die Tastatur wieder. Dann wäre ich mal auf der anderen Seite, dann kommt da wieder einer entgegen. Achtung, Kanal 2. Ihr bekommt gleich die Daten eines gesuchten Verdächtigen auf eurem Schirm. Fahrzeug wurde soeben gesichtet in Richtung Süden auf dem Ocean Hills Drive. Wer einen Einsatz mit niedriger Priorität fährt, bitte melden und in diese Richtung aufbrechen. Nein! Scheiße. Der ist definitiv Code 6. Super, es kann ja nicht mal mehr den Meistern bekommen. Okay. Wir müssen da hoch. Das heißt, wir nehmen am besten Highways zu blöd. Wir fahren da. Wir wollen den da. Versuchte! Versuchte ein Komm! Co. 3! Co. 3! Hab ihn verloren! Schickt Einheiten her, die das Gebiet abriegeln! Alle an der Verfolgung beteiligten Einheiten. Der Verdächtige wurde zuletzt gesehen in westlicher Richtung auf dem Ocean Hills Drive. Absperrung erfolgt an das Zielgebiet. Einsatzkoordination erfolgt über TAC 2. Ne, sehe ich genauso. Dreh 4 Zentrale. Sierra 1 braucht Luftunterstützung des Gebietes verdammt groß. So, probieren wir es nochmal. Ich will den Meilenstein haben, Mann. Okay, alle Einheiten ausschwärmen. Allein wegen 200.000 auf dem PDT. Alter, so viel Verkehr ist nirgends wo sonst. Mann! Jetzt kannst du mich mal. Dann probieren wir mal den anderen Kopf, äh, meinen Stand jetzt erreichen. Wahrscheinlich würden wir sowieso 2 erreichen, wenn wir jetzt hier fahren. Aber ich mein... Verdächtiger fährt eine grüne Viper. Sehr deutlich schneller als die erlaubt ist. Naja. Na, da können wir jetzt rausgeschossen, die Ausschüsse. Ich probiere es aber, ich käme ihn nicht um. 1045! 1045! Haltet Abstand, sobald ich vorrücke! Er blockiert mich, ich komme nicht vorbei! Ich hab ihn! Ich hab ihn! 1042! Ich versuche den Verdächtigen zu stellen! Wir sind schwer getroffen! Verwächtiger flüchtig! Wir sind schwer getroffen! Ups! Ich brauch ich auch momentan! Einmal ein bisschen ausweichen, schon, hat sich keine Sache! Schade 28! Hinter dir! Anleger Verfolge anhalten! Achtet auf eure 20! Links neben der Straßensperre liegen Nagelbänder! Verstanden? Der Verdächtiger hat uns gestreift! Wir müssen uns freiwillig anhalten! Da ist der Verdächtige! vermutlich nicht sein hat der Kost oder was das kann die Schlaßensfeier hat nicht funktioniert Verdichtiger ist weiter flüchtig das hat nicht funktioniert oh oh, ich glaub ich hab ein Problem was? hä? ich bin doch vollgeist die ganze nach hinten vorne ging gar nix Tatort sichern, bitte melden ob ihr einen Schlepper braucht so sieht er aus das meint ihr warum ich nach jedem Rennen quasi schon speichere so dann würde ich sagen, probier mal es nochmal ach ja, ach ja jawohl schon haben wir den ausschickt gleich mal eine 360 Grad Kürfe oder sogar ein bisschen mehr zurück zum Unterschlupf ja aber jetzt sind wir nicht mehr Stufe 4 das ist scheiße naja, bleibt da so wir brauchen noch einen Meilenstein das ist ein bisschen blöd nein ich will da starten, weil ich möchte ganz gerne auf Stufe 4 kommen das wäre schon ganz gut das wäre schon ganz gut zentrale, Delta 16 habe ich hier gesuchten Verdächtigen Standby für 10,85 das heißt, sobald Stufe 4 ist was nämlich jetzt der Fall ist schalten wir den Wix aus und hoffen einfach mal, dass nichts passiert wo wäre denn das nächste Teil ich weiß nicht, ob ich es riskieren soll den Wix aus der vor vorkant wof war Ich bin gerade unten befestigt. Aber es ist eine Lücke vor sich! Okay, ich knipse jetzt auf! Okay, halte den fest! Halte den fest! Ich komm zu euch! Schau dich dir ran! Verwalt euch! Verwalt euch im Abstand! Höh... Ich muss umdrehen. Oder komplett rechts vornetzt. Wir fahren komplett rechts. 3 5! Bitte meldet eure aktuelle Lage! Habt keine Chance an ihn vorbei zu kommen! Treibt ihn ein und lasst ihn nicht entkommen! Verdächtiger hat sich seinen Weg durch die Straßensperre gebahnt! Festnahme Negativ! Wir bleiben dran! Das finde ich ganz toll! Er macht eine Vollbremsung! Pass auf! Verdammt! Wie kann man denn zweimal durch die Tankstelle vorbeifahren? In der Mitte durchfahren? Wie geht das? Das ist super! Jetzt ist es auch mal auf hier reingefahren! Das bringt mir gar nichts! Das war doch jetzt schon irgendwie ein bisschen peinlich! Kümmert euch nicht um euren Wagen! Bleibt auf der Straße! Oh, das war ein schöner Multikill! Rilo 5 2! 10 23! Ich nähere mich von hinten! Troche der Verstärkung! Einheit ausgefallen! Alle Verfolger! Auf der mittleren Spur liegen Nagelbänder! Dann fahren wir doch mal in die Tür! Unser Funkel fliegt auf Reserve! Kann sein, dass wir abbrechen müssen! Hab ihn verloren! Er kann nicht weit sein! Schickt weitere Einheiten um das Gebiet zu durchkämmen! Ich bin schon unterwegs! An alle Unterstützungseinheiten! Fahrzeug wurde zuletzt gesehen in Richtung Westen! Auf dem Stadium Boulevard! Absperrung erfolgt um das Zielgebiet! Einsatzkoordination erfolgt über TAC 2! Verstanden! Ist mir doch wurscht! Jetzt wird erstmal gespeichert! Denn wir sind Stufe 4 mit dem Kahn! Da-da-do-do-do-do-do-do-do-do! Subscribe!